Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ist nicht heute ein Tag fürs Stillehalten? Wie sieht es Ihnen aus, wenn alles so ruhig ist? Sind Sie dann überhaupt gemeint? Beint da ein Licht? Geht da ein Hauch? Gibt es einen Klang? Wo sehen Sie sich in einer Woche? Wieso hängen Sie in der Luft, hängen herum, sind so ohne Erdung? War Ihre Mutter patent? War Ihr Vater ein Tüftler? Lasen Sie viel? Wo sehen Sie sich morgen? Sehen Sie sich überhaupt? Betrachten Sie sich je? Sieht man Sie in der Welt oder stehen Sie immer hinter Glas? Eine Lage Schutz zwischen Ihnen und den Menschen. Wo ist eigentlich dieser Jesus? Hieß es nicht, er sei der König der Juden, außerwählter welcher Privilegien? Ist einer fort, kommt er so schnell nicht wieder. Besser, wir konzentrieren uns ganz auf Sie. Wo also sehen Sie sich? In fünf Jahren.